Wie haltet ihr euch bei diesen kalten Temperaturen als Pfleger warm? Mit viel Kaffee! Ah ja, so ein bisschen warme Decke für die Pferde und auch für mich. Und ja, viel Jacke, Fleece. Die Leute hier sind so nett und schön, so alles warm. Für mich ist es besser wie im Sommer, wenn es so warm ist und dann schwebt. Für mich ist es besser wie im Sommer. Wenn man schon zwei Stunden lang irgendwo rumsteht und wartet, dann ist es manchmal auch sehr hart, klar. Socken, Hose und T-Shirt, Pullover und Jacke. Wie oft muss man sich warme Gedanken machen? Ah, Glühwein, viel Glühwein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR